Novas Geheimmission. Nach ein paar kurzen Jahren des Friedens haben die Zwerg erneut ohne Vorwarnung Welten der Liga angegriffen. Imperator Valerian bemüht sich, die verängstigte Bevölkerung zu beruhigen, doch einige Bürger schenken ihm keinen Glauben. Sie haben sich zur Oppositionsbewegung zusammengeschlossen, den Verteidigern der Menschheit. Zu allem Überfluss hat das Militär der Liga jeglichen Kontakt zu einigen seiner Ghosts verloren, darunter auch seine tödlichste Agentin, Nova, und ihr Team mit Stone, Delta und Pierce. Man kann nur mutmaßen, welches Schicksal sie ereilt hat. Aha. Wow. Die Einsatzdetails sind zu ihrem Schutz geheim. Gedächtnisverlust ist eine bekannte Nebenwirkung. Hinstellen und Visier senken für Softwarekalibrierung. Oh. Gibt es Probleme mit ihrem Visier, Soldat? Nein. Kalibrierung abgeschlossen. Oh oh. Natürlich. Sie sind desorientiert. Bewahren Sie Ruhe. Wir werden als nächstes die Tarnfunktion Ihres Schutzanzugs testen. Verstanden. Aktivieren Sie jetzt die Tarnvorrichtung. Wie gruselig, Mann. Tarnfunktion überprüft. Sie können sich enttarnen. Enttarnen, Soldat. Codefin 4. Agent auf der Flucht. Schickt sofort Verstärkung. Wo bin ich? Ich werde Ihnen gar nichts sagen. Au. Dann nicht. Okay. Was ein Auftakt. Hallöchen. Auch hier geht's nicht wirklich ruhiger zu, könnte man meinen. Nova hier. Ich benutze eine verschlüsselte Frequenz. Fordere sofortige Evakuierung an. Ich kann mich an nichts erinnern. Nova? Ich glaube, Sie haben dein Gedächtnis gelöscht. Wir werden in einer abgeriegelten Anlage gefangen gehalten. Wir müssen hier raus und Kontakt zur Liga aufnehmen. Waren wir nicht unterwegs auf einer Mission? Was ist passiert? Es ist so ziemlich alles schief gelaufen. Aber wir kriegen das schon hin. Ja, ja. Das wird schon. Schlag dich zur Waffenkammer durch. Du brauchst dein Gewehr. Genickbruch ist meine Kuh. Alles klar. Sieht balanced aus. Die pflichtige Agentin ist in der Nähe. Wenn sie nicht kooperiert, schaltet sie aus. Pass auf, dass dich keiner sieht. Uff. Ja, der hat mich nicht gesehen. Mit allen Mitteln. Krass. Ja, das ist das Überbleibste, habt ihr auch gesagt, von diesem eigenständigen Shooter, der eigentlich geplant war. Wie müsste den Waffen entkommen? Auf meinem Visier wurden Nachrichten angezeigt. Waren sie von dir? Nein. Sie haben uns getrennt. Ich konnte dir nicht helfen. Es tut mir leid. Was war das für ein Geräusch? Äh, gar nichts. Soll ich hier alle töten? Ne, oder? Was passiert denn, wenn ich den töte? Und die anderen sehen das. Der auch. Ja, Freddy hatte einen Schlaganfall, ne? Ja, die Ameisen haben ihn gleich aufgefressen, Leute. Ist überhaupt nicht verdächtig. Kein Problem. Passiert hier täglich tausendfach. Scheiß Weltraum-Ameisen, Junge. Botz. Nein, ist nichts. Guck mal, so ein Stechen. Einfach nur so ein Stechen gewesen. Ja, es scheint hier öfter vorzukommen, ne? Völlig normal für die irgendwie. Botz. So, du auch hier, Botz. Messer rein, Gedärme raus. Mit allen Mitteln. Ja, ist schrecklicher Arbeitsunfall gewesen. Einem Schlaganfall. Haltet die Augen auf. Diese Agentin ist äußerst gefährlich. Hat sich sein Kopf um 180 Grad gedreht. Ja, er war ein bisschen übereifrig beim Hinfallen, ne? Na, das wird ein Spaß. Dann passiert das dem Besten. Moin. Botz. 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 Das ist ja total behämmert. Ich liebe es. La, la, la. Rücke aus. Okay, was mache ich jetzt mit denen? Verändert ihr eure Position irgendwie? Oder wie kriege ich das hin? Tarnung Ghost Visier. Zeigt die Positionen an. Immer alles töten, Junge. Hm. Vielleicht sollte ich doch anders vorrücken. Vielleicht nehmen wir den jetzt einfach raus. So. Oh, das geht auch. Lu, lu, lu. Lu, lu. Können wir hier kurz hochgehen? Moin. Zack. Ja, Herr Schmidt. Ihre Blutwerte sehen nicht so gut aus, leider. Das ist doof jetzt. Zack. Wunderschön. Dann können wir hier durch und dann holen wir dich auch noch. Wird gemacht. Junge, ich stand voll in seinem Visier. Der hat da Augen zu. Na, das wird ein Spaß. Die schlafen im Stehen. Das wäre großartig. Rückt aus und findet sie. Ah, jetzt haben sie mal was mitbekommen hier. Das ist ja toll. Was passiert, wenn ich einen von euch einfach umholze? Rückt aus. Ist das doof. Ihr wisst doch, dass ihr mich sucht. Ja, wir gehen einfach weiter. Machen wir halt zu dritt den Job. Kriegen wir vielleicht mehr Kohle. Ist ja nicht so schlimm. Kein Problem. Wir teilen das Cash dann. Ui. In Bewegung. Ein Kanistergewehr. Nice. Mit allen Mitteln. Okay, ich habe ein Gewehr. Sehr gut. Aber du brauchst etwas mehr Feuerkraft. Geh weiter zur Forschungssektion. Na, das wird ein Spaß. Hier bei Skyrim. Das war bestimmt noch meine Einbildung. Genau. Okay, ich kann jetzt snipen. Ich sollte diese Wachen problemlos aus der Ferne ausschalten können. Jo. Du warst schon immer der bessere Scharfschütze von uns beiden. Widowmaker hier. Stone, du gehst bestimmt drauf, oder? Du bist mir sehr sympathisch. Das ist immer gefährlich in solchen Games. Die mit so einer Story anfangen. Wie gerade. Oh, Rächer? Aber gut, den können wir ja. Flüchtige Agenten nähert sich. Bewegung, Leute. Bewegung. Ja, sie nähert sich und ihr verpisst euch. Kein Problem. Auch schön. Achtung. Es wird gehadert. What? In Bewegung. Eins. Und zwei. Sie ist verschwunden. Raus hier. Ja, die Genickbrüche wurden schnell reduziert auf dieser Station. Das Medizinteam ist zufrieden. Deutlich weniger Genickbrüche. Dafür jetzt Kopfschüsse. Na, das wird ein Spaß. Ja, die Stellenausschreibung wird eine gefährliche Sache. Ich sag's, wie es ist. Ich stoße auf schweren Widerstand hier. Geh ihn erstmal aus dem Weg. Ah, erstmal. Ich finde noch einen Granatwerfer oder so, wa? Okay, wir busern schön am Rand lang hier. Ja, aber sie werden langsam wacher, ne? Nachdem ich 20 von ihnen getötet habe, denken die sich, naja. Drücke aus. In deiner Nähe sollten ein paar Impulsgranaten rumliegen. Damit kannst du größere Gegnergruppen ausschalten. Das ist gar nicht problematisch. Achtung. Die Selbstzerstörungsequenz dieser Anlage wurde eingeleitet. Schnell, die Energie. Jawohl. Nova, sie kommen. Du musst dich beeilen. Ich mach ja schon, ich mach ja schon. Ich versuch's, ja. Na, das wird ein Spaß. Es ist nicht so einfach. Soll ich da erst rüber? Verstanden. Vielleicht helfen die mir halt. Deswegen war das vielleicht grad so, oh nein. So räubig. Oh, sie kommen von überall. Oh, warum? Das ist alles nicht schön, Leute. Drücke aus. Das ist alles nicht schön, aber da muss ich jetzt durch. Ich hab nämlich wieder keine Energie. Kein Problem. Schaltet die Ghosts der Liga aus. Nein. Mit allen Mitteln. Wir schalten euch aus. Ich nehm meine Freunde mit. Na, das wird ein Spaß. Hi, Delta. Ich dachte schon, sie würden mich töten. Ah, hier stört man nicht. Suchen wir die anderen. Wir können sie nicht hier zurücklassen. Sie kommt mit. Du hast recht. Ich bin direkt hinter dir. Oh, okay. Ja, das wird hilfreich sein da hinten. Wird gemacht. Das ist mir wieder schwerer gemacht, als es nötig war, ne? Man kennt ihn. Oh shit. Ist klar. Mehr Flammentürme. Bots. Ja, hier entlang. Flachkörper in die Granate rein. Ja, das glaube ich irgendwie auch. Oh shit. Keine Ahnung, wieso. Wo lauf ihn jetzt lang? Muss ich hoch oder was? Um das Feuer rum? Tatsächlich. Okay. Ja, ganz schön weird, wie die Zerstörung hier vonstatten geht. Aber da müssen wir durch, ne? Was soll der Guy jetzt? Gar kein Problem. Und dann könnte ich da jetzt nochmal die Energie holen. Kriegen die den in den Griff? Sieht fast nicht so aus, ne? Dann hauen wir lieber eine Granate rüber. Nicht, dass die sterben hier. Gleiche Angst. So. Du kriegst den. Jetzt würde ich mir eigentlich den Würfel holen wollen. Hm. Maybe machen wir das. Eben war ich ja auch ein bisschen gestresster, weil ich eigentlich dachte, die Anlage fliegt wirklich gleich in die Luft. Aber wir scheinen ja ein bisschen Zeit zu haben. Jetzt ist sowieso alles voll gewesen in der Zwischenzeit, Mann. Mit weh ausschalten? Geht das doch? Nö. Okay. Dann habe ich das vorhin richtig gesehen. So, ich gehe mal aus dem Lurk ins Bett. Ich wünsche euch beiden schönen Urlaub. Freue mich schon auf die Ankündigung von Blizzard in der nächsten Woche. Ich bin auch sehr gespannt, Alter. Und das danke dir. Bis denn, bis denn. Hm, da kommen wir jetzt auch nicht rum. Da ist wieder ein Marauder. Den snipen wir. Und dann nehme ich diesmal aber volle Energie für die Truppe da unten. Weil ich glaube, wenn die beiden keine Granaten werfen, dann brauche ich auch hier wieder meine. So. Au, das war gut. Das war sehr, sehr gut. Jetzt wird es nur ein bisschen räudig. Aber auch da ragge ich einfach kurz gegen. Und dann können wir ja zumindest den auf der rechten Seite noch weg snipen. Gucken. Ja, Nummer eins. Nummer zwei. Okay, jetzt bin ich aufgedeckt. Aber wir haben die Nate. Ja, das war gut. Und das müsste doch jetzt eigentlich laufen hier mit unseren Freunden. Nice. Ah, da hat sich die Verstärkung gelohnt. Dann brauchen wir nur noch Stone. Sehr schön. Kommt mit. Ich bringe uns alle hier raus. Jo, hier sind sogar ein paar Adler. No. Das ist ja geil. Die große Flucht. Warte, das ist doch Scharpsburg. Wir können die Streitkräfte der Liga hier kontaktieren. Wir sollten zuerst von diesem Planeten verschwenden. Ihr wimmelt es nur so von Spionen. In dieser Richtung sind ein paar Shuttles. Schnappen wir uns einen von diesen Adlern. Damit sind wir schneller. Wir sollten uns aufteilen. Pierce und ich werden uns allein durchschlagen. Viel Glück da draußen. Okay. Wir sollten uns beeilen, Stone. Jo. No way. What? Wie cool ist das denn? Ich muss vorsichtig sein. Es sind doch Zivilisten unterwegs. Echt? Naja. Es gibt keine freundlich gesinnten Zivilisten. Die transportieren hier Vespin-Gas. Das brauche ich. Das hätte ich brauchen können bei den letzten Missionen. Was zum Fick. Ich kenne euch noch nicht mal. Na ehrlich. Maul. Sehr gut. Es gibt doch dieses schöne Meme. Wo der Doktor sagt, sie haben Demenz. Und dann sagt der Patient, ey, ich kann mich nicht erinnern, sie gefragt zu haben. Mann. Das macht mich immer mies. Hatte ich, Leute. Ich sollte, glaube ich, schneller snipen. Sonst kriege ich hier zu doll in die Schnauze. Und ich wäre eigentlich auf die Bomben verzichten, weil... Weil Zivilen. Oh, nee. Hellions. Ja, das kriegen wir schon hin, ne? Was passiert eigentlich, wenn ich aus Versehen in so ein Auto reinlenke? Und warum stelle ich mir solche Fragen? Es ist alles ganz mystisch. Ich habe jetzt halt jeden da, jedes Mal vor Augen, auch, wie das Ganze ein richtiger Shooter hätte werden sollen. Und ich glaube, das wäre echt geil geworden, ne? Vielleicht kommt es ja noch, Freunde. Microsoft und so. Dann werden wir uns an diese Strecke erinnern, die wir fahren. Da ist noch einer. Wie viele haben die denn hier auf der Straße, Junge? Es ist ja... Es ist ja schlimmer, als wenn man so einen US-Einsatz verfolgt, auf irgendeiner Autobahnbrücke mit 300 Helikoptern, ne? Fucking GTA einfach. Bam! Den nehme ich noch. Ja. So schnell kann ich gar nicht klicken, wie die auseinanderfliegen hier. Meine Phrase. Aber bisher haben wir es im Griff. Banshees im Anschluss. Oh nein. Banshees. Putz. Jawohl. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht ständig in die Karren reincrasche. Jawohl. Den nehmen wir jetzt so. Okay. Hat auch so ein bisschen was von dieser Mario Kart Strecke, ne? Auf der Autobahn. Die war immer ganz schlimm. Da habe ich immer massiv reingeschissen, Freunde. Mit dem Gegenverkehr und so weiter. Uh, Junge. Das waren starke, starke Schmerzen. Putz. Und putz. 500 Meter noch. Und das ist natürlich die Frage, werden wir jetzt hier in Episode 1 schon Antworten bekommen? Safe nicht, oder? Es wird wieder ein wunderbarer, stinkender Cliffhanger werden. Ich freue mich. Als hätte ich nie aufgehört, Walking Dead zu schauen. Oh, ich brauche Energie. Nova jetzt. Ja. Sehr schön. Und die kriegen wir so. Okay, alles cool. Ah, der Würfel. Ehre. Oh. Was zum... Kalibriere Waffen. Junge, was? Oh mein Gott. Es hat eine Jump'n'Run-Passage. Ich raste aus. Das ist ja super nice. Lass sie hier einfach noch rausholen. Wow. Okay. Wir snipen einfach das Flugzeug. Oh, oh. Uh. Junge. Das wäre jetzt ein guter Moment. Für ein Product Placement von Hearspray, weil die Frisur sitzt. Auch bei der Verfolgungsjagd. Oh. Natürlich Eds. Okay, weiter geht's. Tung mal, der will es aber auch wissen jetzt hier auf die letzten Meter, ne? Heilige Scheiße. Die Benji muss weg. Würfel eingesammelt. Schön wegsnipen jetzt. Komm schon. Mit Ehre. Das war cool. Wir haben es geschafft. Du zuerst, Nova. Ich komme später nach. Zuerst beantwortest du mir ein paar Fragen. Willst du wissen, was passiert ist, oder möchtest du hier in einem Stück rauskommen? Geh schon los. Okay. Okay. Aldon, Herkules. Da haben wir auf jeden Fall Platz. Können wir erstmal Beine lang machen. Schön. Zu langsam habe ich bekommen. Schließen Sie die Missionen ab, ohne Schaden durch die Flammentürme zu erleiden. Ey, der Movement God, Leute. Er war einfach nie weg. Let's go. Schöner Anfang. Achtung an alle Ligaschiffe. Hier Agent X41822N. Er bitte sofortige Evakuierung. Bitte kommen. Bestätigt. Damn. Warten Sie auf dem Schiff auf eine Eskorte. Legen Sie Ihre Waffen ab und folgen Sie den Anweisungen. Sie sind es. Admiral Horner. Wie weit erinnern Sie sich zurück? Ich war... Ich bin aus einer unbekannten Basis geflohen. Keine der Liga. Was war das für ein Ort? Warum war ich dort? Nova, Sie galten als vermisst. Sie und andere Ghosts haben sich seit Monaten nicht zurückgemeldet. Das war also keine Mission? Und dies ist keine Nachbesprechung? Richtig. Nova, Sie werden mit einer Terrorgruppe in Verbindung gebracht. Den Verteidigern der Menschheit. Es geht um Hochverrat an der Terranischen Liga. Hochverrat? Ich habe der Liga immer treu gedient. Das wissen Sie. Das ist nicht meine Entscheidung. Valerian wird einige Fragen an Sie haben. Admiral Horner. Die Zerknäheren sich unserer Position. Alles auf Gefechtsstation. Hören Sie. Ich glaube Ihnen, Nova. Nova, Sie sind keine Verförerin. Aber Sie müssen es mir beweisen. Wenn Sie so gut sind, wie Ihre Akte behauptet, dann sind Sie unsere beste Waffe. Ja, dann Zeit für ein paar Zerk. Authentifizierung erfolgreich. Ich möchte einen vollständigen Lagerbericht, Captain. Einfacher gesagt als getan, Sir. Die Zerg greifen den Planeten an. Sie haben sich in den Bergen eingenistet. Die vielen Zergangriffe in jüngster Zeit haben die Liga tief erschüttert. Und diesmal ist es schlimmer als je zuvor. Admiral, sehen Sie diese engen Canyons? Ich nehme die Zerg unter Feuer, während Sie das Gebiet durchqueren. Je weniger von Ihnen die Basis erreichen, desto länger halten wir durch. Gute Idee. Wir werden hier einen Außenposten einrichten. Ich schicke Ihnen Rächer für die Steilhänge. Sie sind mit Spinnenminen ausgerüstet. Setzen Sie sie taktisch klug ein. Dann kommen wir hier alle heil raus. Verstanden. Oh ja, da sehe ich mich bei taktisch klugen Entscheidungen. Kabak-Sai. Epilog war mega. Missionen habe ich mies geschwitzt. Aber an sich war super. Neue Ausrüstung verfügbar. Oh wow. Das ist ja cool gemacht. Ghost Visier. Kennen wir. Taktischer Tarnanzug. Das ist neu. Blend Granate. Betäubt Gegner im Zielbereich und verhindert Detektorfähigkeiten gegnerischer Boden- und Lufteinheiten. Hält fünf Sekunden lang an. Massive sowie verbündete Einheiten sind dagegen immun. Oder halt so ein fetter AOE-Schaden. Hm. Ich glaube wir nehmen mal die Blend Granate, weil wir haben jetzt ja einige weitere Einheiten. Okay. Und das Kanistergewehr. Oder Schrotflinte mit kegelförmigen Schadensbereich. Durch bohrendes Feuer. Fügt Gegnern 50, 100 gegen Leichtschaden zu. Kann Bodeneinheiten angreifen. Oh keine Lufteinheiten. Hm. Hm. Ja, aber wir nehmen das mal, oder? Inferno Schrotflinte. Gönnen wir uns. Los geht's. Bin gespannt. Wie das laufen wird. Rächer mag ich ja nicht. Und Spezialinheiten mag ich auch nicht. Es wird genau meine Mission, Leute. Geil. Position gesichert. Es kann losgehen. Noch etwas, Nova. Swan wollte kurz mit Ihnen sprechen. Heere. Ich habe an einem Sprunganzug gearbeitet, der bereit für einen Feldversuch ist. Du kannst dich damit zwar nicht mehr tarmen, aber dafür kommst du genauso mühelos über Hindernisse wie diese Rächer. Oh. Na, da sag ich nicht nein. Wow. Was haben sie denn hier alles reingeklatscht, ne, Karadis? Bin ich ganz bei dir. Ich habe ein Notsignal an die Flotte des Imperators abgesetzt. Wir müssen die Stellung verteidigen, bis seine Truppen uns erreichen. Wow. Okay. Reaktor bauen. Marauder. Schwere Infanterie. Tech-Labor. Und ich habe hier jetzt echt eine kleine Basis, oder was? Das ist ja super crazy. Und die Einheiten sehen auch ein bisschen krasser aus. Kann das sein? Okay. Ja, wir bleiben natürlich bei den Rächer. Und Nova ist jetzt auch hier am rumdüsen. Ist klar. Neom. Taktisch kluge Entscheidungen, wie WBFs losschicken, werden die zerkommen. Ja. Ich wache schreiend auf. Und die WBFs brüllen mich im Traum an. Ich werde nie wieder derselbe sein, Leute. Was wichtig ist? Stargriff 2 hat mein Leben für immer verändert, sagt dieser Mann. Bald so eine Clickbait-Artikelgeschichte in euren News-Apps. Und jetzt habe ich euch schon gespoilert. Toll. Kann ich den Artikel wieder löschen. So. Können wir hier doch noch ein paar Depots hinsetzen. Das kennen wir ja schon. Und dann können wir uns doch das mit den Minen mal angucken, oder? Das sollen wir hier beschützen. Das heißt, wir pappen hier einfach mal so ein paar hin. Und wir pappen hier einfach auch mal so ein paar hin, würde ich sagen. So. Und dann machen die, glaube ich, einen ganz guten Job, die Spinnenminen, oder? Zack. Sehr schön. Graben sich ein. Und dann immer schön die Rächer hinterher. Richtig nice. Ja, und stellen wir uns hier auf den Highground. Und dann dürfte das laufen. Ah, wir haben auch Bunker. Oh, damn. Die habe ich gar nicht wahrgenommen hier mit dem verschneiten Bums drumherum. Aber hier können wir auch Bunker überall hinstellen. An diese fixen Positionen. Ja, das ist ja auch geil. Das machen wir auf jeden Fall. Was habe ich noch sonst so? Raketenturm benötigt Maschinen-Dock. Ja, können wir natürlich auch bauen. Aber ich glaube, die ersten Raves nutzen wir, um unsere WBFs noch zu pushen. Oh, ja. Ja, ja. Die Zwerglinge hatten nicht so viel Spaß, wie es aussieht. Geile Nummer. Ich versuche mich gerade am neuen Warhammer. Und ich finde es einfach ultraschwer. Aber das wird bestimmt mit der Zeit, wenn ich da ein bisschen reinfuchse. Dann läuft das mit Sicherheit auch ganz gut. Dann könnte ich hier doch ein Tackler-Boat dranhauen für die Marauder. Das ist ein bisschen slow. Vielleicht ganz cool. Da ist ja sogar so ein Adjutant mal wieder. Ey. Wilde Zeiten. Jetzt haben wir da nur noch zwei Minen liegen. Da pappen wir mal noch ein paar hin. Aufgepasst. Ein weiteres Rudel nähert sich aus dem Osten. Das Zerg-Rudel. Na, dann gehen wir hier wieder rüber. Sehr schön. Das läuft soweit ganz gut. Das ist schön. Tackler-Boat ist im Bau. Können wir ja den Bunker da erstmal voll machen, ne? Das sollte ja gehen. Da schicken wir einen Marauder rein. Und da schicken wir noch ein paar Marines rein. Und dann ist er, glaube ich, schon ganz gut. So. Dann ist das da drüben sicher. Einwandfrei. Was kommt nach Starcraft 2? Vermutlich Detroit Become Human. Die laufen... Oh shit. Noch weiter rum, oder was? Damn. Die Schlingel. Die sind einfach noch weiter weg. Hör mal. Und laufen hier rum. Ihr miesen Schweine. So war das nicht abgesprochen, dass ihr auch hier rumlaufen könnt. Bam. Halten die Rächer das aus? Ja, geht so, ne? Oh, mehr schlecht als recht. Na gut. Bam. Mit der Schrotflinte. Okay. Hm, wie sichere ich denn das hier drüben? Wäre gut, auch noch mehr Spinnenminen, ne? Bisschen spät, du Stinker. Matt. Was soll denn das jetzt? Da werde ich aber Matt, wenn ich sowas höre, ey. Da noch ein paar Minen hin. Bunker braucht noch ein bisschen. Das ist okay. Ja, das machen wir nach und nach. Das wird schon. Das wird, das wird. Okay. Bücherwurm ist ein Schüler. Solltest du mal im Koop sehen? Ich sage nur Drohnen gegrillt. Aha. Ich werde hier imitiert, Freunde. Zu unserer aller Ungunst. Hervorragend. Dann bauen wir jetzt einfach mal noch ein paar Bunker. Ich würde aber sagen, hier unten, oder? Weiter oben sieht nicht so gut aus. Bauen wir hier mal zwei mit hin. Überstunden. Und vielleicht auch hier gleich noch die zwei mit hin. Dann sind die schon mal in der Mache. Eigentlich müsste der WBF ja jetzt von Zerg zerfetzt werden, ne? Das wäre dann so der klassische Gang der Dinge. Aber da kommt jetzt der letzte Marauder. Dann können wir noch Pächer holen. Schatten Sie sie aus, bevor Sie unsere Bunker herrschen. Aber da oben. Okay. Das sollte, das sollte kein Problem sein. Wait. Du musst da oben mit rein. Los geht's. Und ihr könnt euch ja trotzdem auf den Highground stellen. Obwohl ich schon vor mir sehe, wie die runterspringen aus Gründen. Ich sehe es schon so ein bisschen vor mir, wie die einfach runterspringen. Aus Lust und Laune. Und dann alles zerfetzen, ne? Und zwar sich selbst. Sich selbst vorne weg. Laden die die Minen eigentlich wieder auf? Ne, ne? Sieht nicht so aus. Scheiße. Na gut. Dann müssen wir einfach noch mehr Rächer machen, Freunde. Was soll der Geiz? Wo kommen denn die Bärs flinken? Na! Nein! Oh nein, Bro. Ich dachte, die kommen hier lang. Wieso kommen die da drüben? Wie viele Wege hat denn der scheiß Base-Punkt hier? Äh... Mann. Ja, wo lang jetzt? Hier, das ist der Weg. Das sind Minen. Okay. Ja, ich stelle euch da neue Bunker hin, Freunde. Tut mir leid. Das habe ich mies verschissen, aber ihr macht es wieder gut. Okay, ich war zu blöd, den Weg richtig zu sehen. Guckt mal, ich mache euch neue Bunker. Ich baue schöner, größer, höher. Es sind offensichtlich vier Wege. Ja. Hoppala. So. Was haben wir da jetzt? Haufen Zerglinge. Wir haben noch ein paar Minen. Und ich nehme doch dann Manova. Ja, das war es für die Bärslinge. Da kommen noch ein paar Schaben. Die können wir doch von hier jetzt, oder? Bumm. Ja, das war doch ganz gut. Die halten aber aus, die Schweine. Wow. Das ist ja der Wahnsinn. Und die zerfetzen auch meine Rächer so schnell. Wie bitte? Holy fuck. Das war ja krass. Okay, läuft. Es sieht so aus, als hätten die Zergis auf unsere militärische Forschungsanlage hier abgesehen. Ein paar von meinen Leuten sind immer noch da unten. Ganz zu schweigen von der ganzen Ausrüstung. Kannst du da vielleicht aushelfen? Ich schaue, was ich tun kann. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal. Äh, Spinnenminen wieder so ein bisschen hintereinander weg, oder? Das war eigentlich ganz gut. So, sehr schön. Dann könnt ihr wieder hier mit hin. Nächster Rächer kommt. Und dann können wir hier unten die nächsten Bunker besetzen, ne? Was war das? Zwei Marauder und zwei Marines, glaube ich, waren da drin, oder? Lass mal gucken, hier oben. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Die Basis wird belagert. Ach du Scheiße. Sichern sie das Forschungszentrum. Iiiiih, das wird aber... Das wird aber richtig ungeil. Ne, da warten wir mal noch ein bisschen, würde ich sagen. Rein geschäftlich. Rein geschäftlich, ganz genau. Pushen wir hier erstmal noch ein bisschen Angriff. Oder haben die nicht so viel Zeit? Ne, haben sie wirklich nicht, ne? Ah, lieber jetzt rein, bevor es zu spät ist. Da ist ja auch ein Stachelkrabbel dabei, ne? Ich hätte schon gerne das ein oder andere Upgrade davor, wenn ich ehrlich bin. Ansonsten stelle ich mir das überwiegend sehr scheußlich vor. So, ihr habt wieder eure Bunker, Leute. Seid ihr happy? Ich hoffe, ja. Ippi leppi, aber happy, oder? Wie war das? Ah, ja, aber guck mal, die halten doch ein bisschen. Der Stachelkrabbeler macht mir halt richtig dolle Angst, ne? Aber ich fürchte, da muss ich durch. Maybe kommt ja in der Zeit keinen Angriff. Und wir nehmen die Jungs noch mit. Ist vielleicht eine Idee. Ich sage, mit denen gehen wir da rüber. Oh, in der Zeit wird... Ja, natürlich. Natürlich schicken sie jetzt Verheerer. Ich hasse es so sehr, Bro. Ich hasse es so sehr, dieses Timing, Mann. Es ist komplett lächerlich. Kacke, aber... Bisschen geht noch, oder? Hydralisten sind jetzt da. Die sammeln sich davon. Upgrade braucht zu lange. Das wird nix. Und die müssen wir hier jetzt auf jeden Fall noch abwehren. Müssen wir nicht, weil die von da kommen. Natürlich kommen die von hier. Habe ich wieder falsch gesehen. Ich hasse es. So, haut die weg da jetzt. Und bewegen. Und schnell runter. Ja, haut sie weg. Und moven. Moven, moven. Moven ist wichtig. Moven ist gut, Freunde. Und die auch. Okay. Das hat hingehauen. Warcraft Reforged haben wir gezockt. Jawohl, den Rest nicht. Da einmal rüber, alles auf meinem Kanal zu finden. Bei Interesse auf YouTube. Da läuft der letzte Marine, glaube ich. Dann können wir jetzt hier nochmal. Ja, das sollte aber gehen. Das sollte gehen. Und hier haben wir jetzt auch nicht so viele verloren. Dann hoffe ich mal, dass wir die da oben jetzt auch wirklich befreien können. Schild Upgrade noch hinterher für die Rüstung. Und dann gucken wir uns das hier jetzt mal an. Ich habe große Angst. Große Angst, vor allem vor den Bärslingen. Aber die habe ich zerfickt. Die Anlage wurde überrannt. Meine Jungs hatten keine Chance. Okay. Ja. Sorry. Sorry, dass ich existiere. Gut. Wir gehen zurück. Und ihr geht bitte wieder in euren Bunker rein. Die haben wir im Griff. Das sieht okay aus. Aber. Ne. Da müssen wir, glaube ich, mit ran. Auch mit Nova und den Rächern. Die habe ich hier oben jetzt stehen. Okay, der ist weg. Ey, das waren jetzt wieder... Scheiße. Ich sollte diese kurze Feuerpause nutzen, um mich auf Ihren nächsten Angriff vorzubereiten. Ich orte Overlords am Bergkamp vor uns. Sie transportieren weitere Zerg. Schalten Sie sie aus, wenn Sie diese Gebiete betrieben müssen. Natürlich tun Sie das. Hm. Maybe Raketentürme. Die Frage ist, wo kommt der WBF da überhaupt hin? Benötigen weitere Depots. Ich glaube, nein. Okay, ja. Wir brauchen eben mehr Depots erst mal. Depot, Depot. Da eins, da eins. Da noch eins, da noch eins. Dann wieder hier hin. Außerdem wollen wir Raketentürme haben. Zum Beispiel hier. Zum Beispiel... Da könnte noch ein Bunker hin. Darum vielleicht eher hier. Da drüben dürfte nicht gehen. Hier könnte noch gehen. Hier könnte noch gehen. Da könnte noch gehen. Und hier könnte eigentlich auch gehen. Da ein hin. Und da auch noch ein. So, nö. Da bin ich eigentlich schon zufrieden mit, wenn ihr das hinbekommt. Kaserne ist auch gleich da. Mehr Rächer sind in Ausbildung. Der Bunker ist besetzt. Der Bunker ist besetzt. Da fehlt noch ein Marine. Der ist aber vielleicht auch einfach hops gegangen, ne? Ich traue meinen Augen nicht. Die Zerg bringen Vergifter in Stellung. Und sie bieten anderen Zerg in ihrem Umkreis Schutz. Äh. Die kommen aber hier jetzt lang, ne? Da haben wir zumindest Minen liegen. Das ist ja ganz gut. Das ist ganz gut. Da steht ein WBF. Der hat sich einwandfrei eingebaut. Das ist sehr, sehr schade. Weil da müssen wir jetzt einen neuen holen. So, Raketentürme stehen. Das ist gut. Der Bunker ist auch ganz passabel. Könnte noch ein paar Minen vertragen. Aber ich glaube, das wird wieder mieses Timing mit dem Rächer, oder? Vielleicht, wenn er schnell ist, dann hier mit hoch. Was sind diese Einheiten, Junge? Ja, komplett crazy. Ey, Vergifter. Ah ja, mit so einer komischen Rauchwolke da. Okay. Aber jetzt ist er auch down. Schön mit der Schrotflinte drauf, da Nova. Let's go. Butz. Jawohl. Und die sind auch im Eimer. Nice one. Ja, ich merke schon. Wir den nächsten Reaktor ran. Da kommt der nächste Rächer. Türme sind soweit gebaut, oder? Da kamen sie leider nicht hoch. Das ist schade. Aber hier unten sieht es okay aus. Jawohl. Dann würde ich sagen, hier bauen wir weiter für die Bunker. Gerade auch mit den Maraudern und den Marines. Das ist, glaube ich, ganz gut gewesen. Die Frage ist, kommen die da jetzt noch lang? Bestimmt, oder? Bestimmt. So. Mehr Minen. Mehr Minen brauchen wir. Setz sie schön runter da. Jawohl. Gerade für die Vergifter. Für die Bärslinge. Ins Netz gegangen. Sehr schön. Guck mal, das läuft hier bei uns. Nice one. Könnt ihr jetzt von oben wunderbar da draufzimmern. Ja, rumsala. Schön rein. Jawohl. Bisschen Moven. Bisschen raus da. Raus da, raus da. Und dann den ja wieder. Zack. Jawohl. Da gehen jetzt all unsere Rächer drauf. Aber das ist okay. Dachte ich. Dachte ich eigentlich. Junge. Die Wolke saugt sämtlichen Schaden, oder was? Heilige Chance. Das sind ja Viechers. Ja, heilt mich, ihr Schweine. Ich beschütze eure Basis. Nice one. Das kriege ich hin. Okay. Die waren heftig drauf. Hör mal. Mehr Rächer. Ich dachte eigentlich, unser Labor für Experimentalwaffen wäre weit genug weg. Aber jetzt beginnen die Zergs, sich dafür zu interessieren. Ja, würde gern. Keine Sorge. Ich kümmere mich drum. Äh. Will ich das? Ich schätze, ich muss. Okay. Wir laden euch aus. Wir laden euch aus. Wir laden euch auch aus. So. Ich höre. Wir gehen jetzt alle da rüber, und zwar sofort. Laut und deutlich. Ich weiß noch nicht genau, wo lang. Aber das finden wir jetzt auch noch raus, Freunde. Hier ist ein Eingang. Oh nein, sag mir nicht, die anderen kommen da nicht rüber. Sag mir bitte, es gibt einen Weg für Nicht-Rächer. Oh mein Gott, Bro. Ach. Warum denn immer ich... Ihr da hoch, und ihr wieder da rein. Jawohl. Wie bitte? Okay. Dann habe ich Nova und zwei Rächer. Das könnte ein bisschen knapp werden. Aber was willst du machen, ne? Was willst du machen? Ja, ja. Ich eile ja. Ich eile ja. Aber euer Timing ist leider ein bisschen sad. So, und da kann man auch vorher mal bei WhatsApp durchfunken und sagen, hier, wir haben da noch Forschungseinrichtungen, ne? Da wäre ein bisschen besser vorbereitet, mein Schöner. Zack. Spürt den Stun, spürt den Burst, spürt einfach alles, ihr miesen Ratten. Jawohl. Noch ne Nate rein. Schlechte Nachrichten, Nova. Der Pfeil nimmt unsere Stellung von beiden Seiten in die Zimmer. Ja. Alles andere hätte mich jetzt auch gewundert. Ich brauche dringend meine Schrotflinte. Rums. Jawohl. Niduswurm spuckt weiter aus. Aber wir machen das. Wir machen das. Rauf da jetzt. Zack. Nate rein. Oh nein, die drehen sich um die Schweine. Nervt nicht. Den auch noch schnell. Hier, komm. Mit der Schrotflinte jetzt. Ah, Kacke. Das sind viele, leider. Das sind viele, aber wir machen das. Komm schon. Haut weg das Kackding. Oh nein. Nein, nein, nein. Nein, das sind viele. Wir haben auch diese Anlage zerstört. Sagen die das. Verdammte Bastarde. Ja, ist okay. Nova, unser äußerer Verteidigungsring droht zu fallen. Wir brauchen Verstärkung. Jo. Ich weiß. Ich weiß. Ich glaube, wir verlieren die Mission vorne. Ihr habt da irgendwie so ein Gefühl. I don't know. Zack. Bam, Junge. Schön aufzimmern. Wo sind die anderen? Haben wir noch irgendwo Einheiten stehen, die nichts machen? Ah, ihr. Ah, deswegen kamen die oben durch. Ihr seid im falschen Bunker. Okay. I see. I see. Und dann müssen wir jetzt relativ zügig hier drüben rein. Und hoffen, dass wir das noch in den Griff bekommen. So. Nate noch drauf für den Stun. Und die sind auch im Eimer. Okay. Den haben wir es richtig gezeigt, ja. Die sind komplett sauer. Lul. Gut. Dann. Da oben. Zwei von euch. Meine Frage ist jetzt nur, wo hatte ich euch denn? Das sind gar nicht meine. Wer steht denn dann noch rum? Nee, keiner weiter. Okay. Alles gut. Dann könnt ihr wieder hoch. Dann pumpen wir weiter Rächer. Und zwar aus genau dieser Kaserne. Und hier. Hier packen wir noch Marines rein. Ich denke, die sind im Eimer. Wow. Okay. Man kennt ihn. Man kennt ihn. Der kackt da jetzt einen Haufen Zerklinge aus. Meine Frage ist jetzt, wie kommen die denn da runter? Das sind keine Raptoren. Und meine WBFs kamen da ja auch nicht hoch. Hm. Hm. Okay. Dann stehen die da jetzt. Die gönnen sich einfach. Großartig. Neid, mach es gut. Yo. Wahrscheinlich bewegen sich Ultralisken auf uns zu. Was wurde da denn wieder geraucht? Da kommt eine Queen. Und die kommen hier lang gewuselt. Na gut. Dann machen wir ein schönes Street hier gerade aus Minen. Und zwar ZZ, Freunde. Ziemlich zügig. Jawohl. Einwandfrei. Weiter. Die brauchen mehr Minen. Haben die hier unten wieder ein bisschen was aufgebaut. Ne, ne. Da haben sie noch einen Tank stehen. Okay. Dann ist es nicht ganz so fatal, wenn die erste Linie fällt. Natürlich schade. Aber noch verkraftbar insgesamt. Oh, die Minen. Die Minen. Die Minen. Bitte bestätigen. Ja, leider nicht ganz so durchgezogen, wie ich es erwartet hätte. Natürlich schade jetzt. Oh, bis wir unten sind. Ne, sind die doch schon sonst so wieder. So, wunderbar. Das sah gut aus. Und den haben sie da zerfetzt. Ey, da kommen noch mehr einfach, oder? Wird gemacht. Waren da gerade noch mehr? Könnte schwören. Da bewegt sich etwas Großes auf uns zu. Ich hoffe, sie sind bereit. Na gut. Ja, eigentlich bin ich wirklich nicht bereit. Ich habe in der Mission alles verschissen bisher, was zu verscheißen war. Es macht mich sehr sauer. Und ich werde demnächst wütende Beiträge im Starco-Forum schreiben. Ne, so schlimm ist dann doch nicht. Die hauen wir auch weg. Und hier drüben brauchen wir jetzt die Minen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Stück waren das. Jawohl. Okay. Das passt auch. Mehr Rächer sind unterwegs. Wie bitte? Wie bitte? Mehr Rächer, Nova. Mehr Rächer. Da sind sie schon. Und, oh. Ein Brutalisk. Alles klar. Kriegt ihr den vom Highground, Freunde? Das wäre ganz wunderbar. Dann hat er keinen Bock drauf. Da waren größere Einheiten immun. Aber hier schön jetzt die Slows auch mit den Bunkern. Ja, das sieht doch ganz gut aus eigentlich. Das sieht okay aus. Sehr schön. Nein, vielen Dank für den Siebten. Gute Nacht dir. Vielen Dank. Macht ihn kaputt, Jungs. Ja. Und er ist weg. Sehr schön. Und die Linie steht auch noch. Ich freue mich. Wir müssen ja ein bisschen... Ich hoffe, Sie zweifeln nicht länger an meiner Loyalität. Auf meine Linie achten. Wir alle sind Ihnen gerade äußerst dankbar für die Hilfe. Das freut mich sehr. Da könnte noch ein Bunker hin. Und ansonsten hatten wir jetzt, glaube ich, außer den da. Aber da muss ich ja erstmal gucken, ob da überhaupt einer reinkommt. Mal schauen. Vielleicht passen die etwas dünneren Marines ja ganz gut durch. Dann könnten wir mit den vielen Minz noch so ein paar Depots hier hinknallen. Wieso geht das nicht? Da ist kein Platz. Was erzählt er denn schon wieder? Ach, deswegen. Wegen dem Tower kommt er da nicht hin. Ah, schon gewundert, warum ich da denn keinen gebaut habe. Okay, ja. WBFs sind jetzt offiziell arbeitslos. Die Overlords fliegen ja einfach weiterhin rum. Sind leider nicht im Tower Range. Der schon. Nice. Und die Marines kommen durch. Das freut mich. Das finde ich sehr, sehr gut. Dann warten wir jetzt, glaube ich, mit den Rächern. Mit den Rächern. Ah, wir haben 20 Minen bis die nächsten Ansagen kommen. Ich könnte mir vorstellen, in den letzten vier Minuten kommen sie jetzt von allen Seiten. Von überall. Würde mich sehr wundern, wenn es anders wäre. Mehr Rächer brauchen wir. Jawohl. Spam voll den Bums. Nova, die Zerg werfen uns alles entgegen, was sie noch haben. Sie müssen sie aufhalten. Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und hier drüben bitte dasselbe. Schön außen. Jawohl. Okay, und von mir aus hier. Ja, alles, was wir haben, hin da. So. Eins, zwei, Attacke. Ruck, zuck, Freunde. Schnell und wendig müsst ihr sein. Ansonsten, ja, fressen euch die Raben oder die Zerglinge eben. Ja, das wird. Oh, Ultralisken auch, Junge. Scheiß, die Wand an. Ja, ihr seid wirklich geliefert, wenn ihr euch nicht beeilt da. Oh, scheiße, Junge. Die Minen. Sie nennen es eine Mine. Eine Mine. Oh Gott. Verwilderte Zerg. Rums. Und dann hinterher. Und das scheißt der Ultraliske einfach drauf. Bisschen kiten. Big kiting. Big kiting. Oh Gott. Können ihre Panzer jetzt ein bisschen was Cooles machen? Das wäre voll schön. Nate. Ja. Und rauf da. Okay. Das war ganz gut. Das war ganz gut. Der muss auf jeden Fall noch weg. Okay. Da kommen schon die nächsten, Junge. Fick mein Leben. Oh Gott, wie viele. What? Was bin ich sehend? Admiral Honor, terranische schwere Kreuzer warpen über der Position der Zergleraden. Ja, geil. Aber sie gehören nicht der Flotte des Imperators an. Das gefällt mir gar nicht. Der fragt mich mal. Die greifen jetzt da oben an. Unserer Verbündeten. Scheiße, Junge. Aber we did it. Haha. Sie senden eine Übertragung. Ich stelle sie durch. Die Zerg sind schon immer eine Bedrohung gewesen. Heute hat sich gezeigt, dass die Streitkräfte des Imperators zu schwach sind, um die Einwohner von Borea zu beschützen. Doch da, wo Imperator Mengsk versagt, sind die Verteidiger der Menschheit zur Stelle. Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um ihre Zukunft zu sichern. Admiral, sie richten sich direkt an uns. Stellen sie durch. Diese Welt steht unter unserem Schutz. Übergeben sie uns die Agentin und ziehen sie ihre Streitkräfte ab. Ansonsten müssen sie mit Konsequenzen rechnen. Das hätten sie wohl gerne. Nova, sammeln sie ihre Einheiten hier. Die Verteidiger werden erst einmal mit den Zerg beschäftigt sein. Das ist unsere Chance zu entkommen. Wir müssen mit dem Imperator einen anderen Treffpunkt vereinbaren. Wieso? Ich habe Recher. Es war gerade dabei, ganz viele zu pumpen. Mehr Minen. Für die Ewigkeit gebaut. Verhindern sie in der Mission, in der Falle auf Normal oder Höhe, dass Admiral Horners Basis fünf oder mehr Gebäude verliert. What? Ich habe einen Erfolg gemacht? Ich hätte for real gesagt, das war meine am meisten verschissenste Mission ever. Und ich habe einfach einen Erfolg, dass ich möglichst wenig Gebäude verloren habe. Was? Okay, dann war ich vielleicht gar nicht so mega scheiße, sondern einfach nur normal scheiße. Das gibt Hoffnung, Freunde. Finos mit T. Fog in zwei und im elften Monat. Vielen Dank. Dankeschön, hast du eine Menge verpasst. Ja, true Frechheit, sage ich da. Aber schön, dass du jetzt reinschaust. Ja, das mit den Gebäuden ärgert mich sehr. Aber das war einfach super unlucky Timing. Ich dachte echt, die halten da mit ihren Bunkern ein bisschen mehr durch gegen einen Nydoswurm, der alle zehn Minuten ein Zircling kackt. Wir erhalten soeben einen neuen Bericht der kontroversen Verteidiger der Menschheit. Darin heißt es, neue Zirkangriffe stimmen bevor und Imperator Valerian verweigere Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung. General Davis unterstützte den Imperator. Doch Magistrat Grayson erklärte, dies werfe ein schlechtes Licht auf Valerians Regime. Nova, ich bin froh, dass Sie es heil hierher geschafft haben. Die Verteidiger haben es mir nicht leicht gemacht. Nein, niemandem von uns. Aber wenn wir zusammenarbeiten, können wir sie aufhalten, bevor sie die Liga zerstören. Und Ihre Herrschaft? Ich bin nicht wie mein Vater. Ich strebe danach, einem höheren Ziel zu dienen. Ich denke, das haben wir gemeinsam. Dieses Schiff gehört Ihnen. Zusammen mit einer Crew an Elite-Soldaten. Alles, was ich dafür verlange, ist Ihre Loyalität. Die haben Sie. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Riegel, Ihr neuer Waffen- und Technologie-Offizier. Er hat ein Geschenk für Sie. Laut unseren Scans wurden Ihre Erinnerungen gelöscht, aber es ist vielleicht noch möglich, sie wiederherzustellen. Dieses Gerät sendet einen elektrischen Impuls durch Ihren Neuralhemmer. Der Prozess ist schmerzhaft, doch er kann Ihr Gedächtnis reaktivieren. Ich komme klar. Hm. Hm. Vielleicht ja doch. Was machen die Verteidiger der Menschheit draußen in Tarsones? Eine gute Frage. Sie werden das herausfinden. Okay. Diese netten Verteidiger. Wie schön. Tarsones City. Ist nicht viel von übrig geblieben. Wir haben keine Zeit für Sentimentales. Die Verteidiger haben sich unter den Ruinen verschanzt. Infiltrieren Sie die Basis, doch gehen Sie den Zerg aus dem Weg. Ich verstehe langsam, warum Valerian das nicht selbst machen wollte. Aha. Okay. Zunächst muss ich überall Wachposten aufstellen. Sie halten mir oben den Rücken frei, während ich in die Basis eindringe. Ich habe da etwas, das Ihnen hilft. Ich habe die Sprungdüsen so angepasst, dass auch Fahrzeuge damit ausgerüstet werden können. Oh, wow. What? Das ist nicht Ihr Ernst. Der Wahnsinn. Nur Technologie. Setzen Sie sie richtig ein und wir werden finden, wonach wir suchen. Yo, wie cool ist das? Okay. Neue Technologie. Sehr cool. Wie lange machst du heute? Ich denke die Mission noch. Flo mit 19 Monaten. Vielen Dank. Dankeschön. Ausrüstung. Freischaltplatz in der Operation in der Falle. Achso, das sind die Dinger, die ich dann vermutlich über die Labore hätte kriegen können oder so. Warten, na? Hm, Turbodüsensprunganzug. Ich weiß nicht, ob hier nicht die Verstohlenheit ein bisschen geiler wäre. Andererseits haben wir jetzt gerade empfohlen bekommen, auch mit Fahrzeugen so einen Bums zu machen, ne? Hm, schwierig. Schwierig. Ich glaube aber, ich bleibe bei meinem Kanistergewehr. Den Snipeshot fand ich jetzt viel stärker als die Schrotflinte. Blendgranate war eigentlich okay, ne? Die hat mir, glaube ich, bei dem Nidoswarm den Arsch gerettet. Aber wir checken mal noch die Technologie. Unsere Streitkräfte haben Zugriff auf die modernsten Technologien der Liga Nova. Schauen Sie sich einfach mal die verschiedenen Optionen an. Aha. Wählen Sie zuerst irgendeine Einheit aus. Super Stimpak. Oder lasergestützte Zielerfassung. Haben die mehr Range? Aha. Das ist natürlich cool. Wählen Sie jetzt ein Upgrade für Sie aus. Gleich aus Spinnenminen. Upgrades sind natürlich nicht unumkehrbar. Sie können sie also situationsabhängig anpassen. Oder auch Reichweite und so erhöhen. Das ist ja cool. Das heißt, ich kann hier jetzt sagen... Beachten Sie, dass die Upgrades jeweils nur einer Einheit zugewiesen werden kann. Das war's auch schon. Mehr müssen Sie eigentlich nicht wissen. Ah, okay. Das heißt, hier geht es jetzt nicht mehr. Ich verstehe. Das heißt, für die können wir die Minen nehmen. Was hätten wir hier? Internes Tech-Modul. Ah, Marodeure herstellen ohne Tech-Labor. Ich verstehe. Ja, können wir auch nehmen. Sehr gut. Sehr gut. Dann haben wir hier unsere Panzer. Da können wir diese Sprungdüsen nehmen. Das ist ja super sick. Junge, wie viel Wumms ist denn da bitte drunter, dass ein Panzer so ein Stück fliegt? Was zum Teufel? Und Kampfhellien. Auch die Sprungdüse. Die haben wir jetzt aber schon im Panzer drin. Insofern bleiben die erstmal ohne. Okay. Ja, cooles System, muss ich sagen. Und... Ja, ist jetzt schwierig, ohne die Mission richtig zu kennen, ne? Aber ich glaube, ich gehe mal auf meine Verstohlenheit. Das hat mir schon ganz gut gefallen. Wenn wir den Sniper nehmen, können wir auch irgendwelche Overseer uns so wegzimmern. Mal gucken, ob das so eine gute Entscheidung war oder nicht. Das verrät uns jetzt das Licht. Oder einfach, öh, die Zergsotsche. Ja. Voll nice. Ey, alle Missionen heute sind total knackig, Mann. Ich muss hier mega aufpassen, was ich mache. Das ist gar nicht cool. Was soll das denn? Fühlt sich fast so an, als wäre es das Finale gewesen einer ganzen Serie und jetzt ein geheimes DLC. So fühlen sich die Missionen an. Keine Ahnung warum. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Wir landen. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Moin Jungs, da bin ich. Okay. Dann legen wir mal los, war. Und holen uns erstmal ein paar Arbeiter hier noch rüber. Die Garnisons-Eingänge sind mit Zergverseuchung überzogen. Sie müssen sie zuerst säubern, damit ihre Einheiten sie betreten können. Dann los. Wir werden erst sicher sein, wenn unsere Soldaten in Position sind. Ah ja. Und es wird uns auch vorgeschrieben, was wir quasi brauchen. Sehr interessant. Kann der jetzt mit der Düse da hoch? Das ist halt wirklich cool, dass sie auch sowas noch ein bisschen weiter gedacht haben. Das feiere ich ja extrem. Und das ist die Anzahl der Einheiten, die wir da reinschicken müssen, um das zu sichern, nehme ich mal an. Oh shit, das sind aber einige dort vorn. Das sind aber wirklich einige. Und ein Ultralisk. What? Aber der patrouilliert da, oder? Der ist jetzt wieder zurückgerannt. Der wollte schon sagen, Junge, das ist ja mega krank. Aber, wenn ich es richtig gesehen habe... Da kann ich da von hier einfach drauf... Sie sollten sie so schnell wie möglich beseitigen. Das ist gut. Mehr Panzer brauchen wir. Mehr Panzer. WBF sind am Arbeiten. Das heißt, wir schicken hier noch mehr zu unseren Minz. Nova macht das da kaputt. Frage ist, ob ich die Rächer da dann durchkriege. Das weiß ich ja noch nicht. Da ist nämlich auch ein Overseer. Das heißt, der würde mich einfach ziehen. Aufgepasst. Die verwilderten Zerg haben Sie bemerkt. Echt? Wieso denn das? Lull. Und ich dachte, ich wäre leise. Okay, die Versorgung ist weg. Wir können jetzt Truppen hier in Stellung bringen. Ja, dann probieren wir das doch mal, oder? Mit den Rächern. Mal gucken. Wenn ich sage, wir hauen hier erstmal noch schnell einen Reaktor dran. Und dann ballern wir die da nach oben. Ah, da stehen auch schon welche mit so einem kleinen Geschütz. Das ist ganz schön cool gemacht, ja. Und ich hoffe, wir können den Ultralisten kontignorieren. Weil mit den Rächern können wir da ja hoffentlich schnell vorbeißen. Das wäre jetzt so der Dream eigentlich. Wo stelle ich den Panzer hin? Kann der da noch mit hochfliegen? Mal gucken, ob der jetzt über den rüber kann oder so. Interessant, dass eine komplette Militärbasis auf das Dach von einem Gebäude in einer zerstörten Stadt passt. Ja, wir haben das genau gescannt. Und die Architekten haben schon früher damit gerechnet, dass ihre Basis, ihre ganze Stadt zerstört wird. Darum haben die direkt besonders massiv gebaut im Grunde. Das Fundament ist eines der Stärksten, die wir haben. So, das sieht gut aus. Dann wird die gleich ready sein. Das ist ebenfalls schön. Erweiterung ist fertig. Ach, die Geschichte. Okay, mehr Depots. Wo bauen wir die denn hin? Hier ist auch irgendwie ein Aufgang. Da könnte auch Kacke passieren. Dann setzen wir die lieber mal in die Mitte hier. So. Das war gut. Und dann hier bitte drei mit da rüber. Das ist sehr, sehr schön. Äh, viel noch aus heute war krass. Die Epilog-Missionen, die haben mich echt sehr hops genommen. Ich war halt vier am Meckern. Ich habe es zum Glück dann geschafft, aber... Holy shit, das war nochmal anders, ja. Da haben sogar die Banschies nicht geholfen. Ich sage es dir. So. Da geht es weiter. Jawohl. Ich bin jetzt gespannt, ob meine Rächer-Taktik funktioniert. Ob die entweder schnell genug rumkommen. Oder ob ich die von hier einfach rüberhopsen lassen kann. Das wäre vielleicht noch einfacher, ne? Mal gucken. Und dann machen die von da vielleicht eine ganz gute Figur. Oh nein, geht das nicht? Doch, oder? Von hier, da rüber? Nein, macht er nicht. Ah. Das ist sehr ärgerlich. Na gut, dann bist du jetzt der Tester, mein Freund. Du bist jetzt der Tester mit Ultra-Lisk. Let's go. Easy. Wir haben das gemacht. Okay. Das heißt aber, wir können die alle gleich da hinschicken. Und... Reichen die Panzer bis dahin? Ja, das ist eigentlich okay, oder? Können wir den Marauder noch mit hinstellen? Aber das passt eigentlich. Da könnten wir uns vielleicht gleich noch einen Bunker bauen. für die Sicherheit oder so, dass wir noch einen zweiten hinsetzen können. Dann passt das ganz gut. Nuklearrakete bereit. Klar, was man halt so sagt. Nova, ich habe alle Vorbereitungen für einen Nuklearschlag abgeschlossen. Sie können ihn jederzeit anfordern. Gute Arbeit, Riegel. Immer gut, ein Ass im Ärmel zu haben, wenn man in der Unterzahl ist. Das denke ich auch. Frage ist... Ich brauche ja auch ein paar Einheiten, um hier vorzubeginnen. Also wenn da keine Flugeinheiten kommen, ist das eine geile Stelle zum Deffen für Panzer. Das ist dann richtig angenehm. Wir gucken mal mit Nova jetzt ein bisschen weiter. Unsere Recher sammeln sich da oben. Habt ihr hier einen Overseer? Ah, die haben einen Sporenkrabbler. Okay. Komm ich hier vielleicht trotzdem dran vorbeigesneakt? Ah, nee, ich muss da runter. Ah, da unten müssen Marodüre rein. Okay, dann muss ich an dem her gar nicht vorbei. Könnte ich ja von hier das Ding wegsnipen, oder? Scheiße. Oh mein Gott, was? Okay, das habe ich so nicht kommen sehen. Das habe ich so wahrlich nicht kommen sehen. Okay, du stellst dich hier noch mit hin. Und wir machen erstmal ein bisschen Base-Dev, weil ich habe gerade ein bisschen Schiss vor Zerklingen, die von dort irgendwo kommen. So. Das ist okay. Mehr WBFs hier. Dankeschön. Und die Recher wollen wir zumindest erstmal voll machen. Also drei Stück noch da vorne rein. Okay, dann können wir hier mal noch ein Upgrade holen. Und dann können wir noch ein paar Depots holen. Das wäre, glaube ich, auch ganz gut. So. Die lassen wir runter. Und hier kommt er hoffentlich problemlos ran. Na, wenn ich jetzt... Oder nuke ich das einfach. Wait. Wollen wir das nuken? Ist das eine gute Idee? Können es mal probieren, ne? Vielleicht ist das ja die Lösung vorausgesetzt. Ja. Ich bin nicht in Range. Und Nova ist kein Problem. Du kannst da stehen bleiben. Ist nur eine fucking Atombombe. Mach dir keinen Kopf. Okay. Das hat besser funktioniert, als ich erwartet habe. Ausgezeichnet. Dann zimmern wir das jetzt kaputt. Oder wir zimmern erstmal die Kaserne kaputt. Nicht, dass da irgendwie jetzt noch 5000 Einheiten rausgeschissen werden. Nein, ihr schafft das. Guck mal. Nur noch einer. Der ist auch in der Mache. Wunderbar. Wir holen uns gleich noch einen Panzer mit ran. Und wenn die durch sind... Warum sind denn da jetzt so viele drin? The fuck? Ihr geht bitte hier rüber. Und du bitte auch noch da rüber. Und du bitte auch noch da mit rüber. Guck mal. Schon sieht das ein bisschen besser aus alles. Oh, viele Linge. Viele Linger, aber das ist okay. Du kannst hier mit in den Bunker rein. Letzter Rächer ist unterwegs. Nova, ich habe einen Frachter, der Verteidiger der Menschheit, nahe unserer Stellung ausfindig gemacht. Er wurde von den Zerg angegriffen. Gibt es Überlebende? Ein paar inhaftierte Ligasoldaten. Sie benötigen Hilfe bei der Evakuierung. Da oben. Ich kümmere mich drum. Oh, damn. Okay. Na, mal sehen. Die ersten Soldaten haben Stellung bezogen. Von dieser Position aus können Sie helfen, die Zerg abzuwehren. Ja, das ist gut. Das höre ich sehr, sehr gern. Stellen wir hier noch einen Panzer mit hin. Rächer sind jetzt durch. Das heißt, wir pumpen hier noch ein bisschen was rein. Das läuft auch. Ach so, und da müssen wir erstmal Marodeure noch hin. Warte, dann machen wir das erstmal. Dass wir die Stellung auch haben. So, drei Marodeure. Da unten hin. Sollte laufen. Auf dem Weg. Okay, die klappen wir auch mit runter. Halfsunny. 20 Monate. Vielen Dank. Dankeschön. Da war immer noch einer. Ja, danke für den Hinweis. Dachte, den habe ich erwischt. Aber das war anscheinend Fake News. Hör mal. Glaube ich. Und das Finale mit dem Abspann mit Sarah und Jimmy ist echt ein Kloß im Hals. Und ein befriedigendes Ende. Der Gute bekommt das Mädchen. Die Aktivitäten in mehreren Schwarmstöcken verstärken sich. Anscheinend haben sie für einige Aufregung gesorgt. Das ist ja... Ja, das kann ich besonders gut. Ich hoffe nur, sie kommen da auch besonders gut wieder raus. Ja, vor allem werden die jetzt genau kommen, wenn meine Marodeure da langlaufen, ne? Das kriegen wir hin. Das kriegen wir auch hin. Gar kein Problem. Der Dritte. Ist das clever, den jetzt loszuschicken? Ich würde sagen, ja. Das wird... So, der läuft jetzt da noch rüber. Dann können wir da genauso weiterpumpen. Sehr schön. Oh, dann hat sie am Ende doch gerettet. Ja, es war herrlich. Also dafür hat es sich wirklich auch gelohnt, ja. Absolut. Okay. Hm. Na, du überlebst aber den einen Zerkling, oder? Dann haben wir hier jetzt auch drei. Jawohl. Immer rein in die gute Stube. Ganz genau. Ein weiterer Wachposten ist in Position gegangen. Gute Arbeit. Jo, sauber. Dann können wir mit Nova doch mal ein bisschen erkunden hier. Insofern nicht überall schon Sporenkrabbler und so ein Bums stehen. Da ist direkt einer, Junge. Kann ich den nicht snipen? Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Komme ich von hier da ran? Nein, komme ich auch nicht. Sehen die mich direkt. Das ist ja scheiße. Er muss eigentlich mit Einheiten durchmarschieren, ne? Dann besetzen wir unsere Bunker. Dann bauen wir noch eine zweite Kaserne, dass wir schneller pumpen können hier. Und dann nuken wir uns da durch mit unseren Einheiten. Noch ein Panzer mit ran. Dann vielleicht den ein oder anderen Kampffällchen dazu. Und dann hoffe ich, mit den gesicherten Stellungen ist unsere Base auch gut genug gedefft, ne? Spätestens wenn der Ultralist losmarschiert, könnten wir so ein paar Probleme bekommen, ja? Oder du zerlegst den Tumor. Sorgt das dafür, dass der sich zurückziehen muss? Wir gucken mal. Hätte ich jetzt so nicht geschlussfolgert, aber... Ihr habt natürlich das Fachwissen, Freunde. So, unten. Na gut, die Hydras machen ein bisschen Stress, aber... Jetzt nicht nennenswert. Der geht dann langsam kaputt, tatsächlich. Oh, okay. Das ist ja fucking gut to know, hör mal. Dann danke für den Hinweis. Dann packen wir hier noch einen Marauder mit rein. Und ich hab den ein oder anderen Marine zu viel, oder? Der kann dann nämlich da noch mit runter. So, noch einer. Und dich stellen wir hier noch mit hin, mein schöner. Jawohl. Läuft, läuft. Läuft ebenfalls. Vielleicht noch ein paar WBFs dazu. Und noch ein paar Depots, weil wir haben so viele Minz, ne? Wir haben so, so viele Minz, Leute. Da können wir hier eigentlich mal alles vollknallen mit Depots. Die sind ja auch recht zügig da. Hier knallen wir noch einen Reaktor dran. Ein Reaktor, Alter. Was soll denn das für eine Sprache? Niemand weiß es. Wir checken mal, ob der Kriecher sich auch richtig zurückzieht. Ja, geht so, ne? Da ist noch irgendwo ein Tumor dann bestimmt. Oder er braucht einfach sehr, sehr lang. Natürlich auch nicht undenkbar. Gut, Upgrade ist durch. Nächste Nuke ist ready. Panzer stehen soweit. Bunker sind besetzt. Die Positionen sind auch besetzt. Sehr schön. Dann können wir mit Nova ja mal noch hier runtergucken, bevor wir uns nach oben aufmachen. Und dann bauen wir uns hier langsam unsere Einheiten zusammen. Ein paar Kampfhelions, ein paar Marauder mit dazu. Und dann ein Haufen Marines, wenn die noch fertig sind hier. Damit geht das los. Was haben wir hier Schönes? Ah ja, auch Sporenkrabbler und, und, und. Soll ich da einfach mal reinjucken? In der Hoffnung, dass ich da dann easy unten rankomme. Wir probieren es einfach mal, oder? Was soll passieren? Dann ist der Weg hier schon mal frei. Und da hinten müssen wir auch noch Rächer rein. Da unten Space Marines, okay. Was war denn das? Hast du heute Glück, Penner? Hier kommen halt auch ein Haufen verseuchte Tirana raus. Eigentlich müssen wir die Gebäude dann auch wegmachen, würde ich sagen. Hier so ein Stück weit den Spawn zu unterbinden. Zumindest scheint es mir gerade so, dass die da rauskommen. Boah, aber da unten bräuchte ich eigentlich gleich die nächste Nuke, ne? Oder ein paar Panzer oder was auch immer. Holy shit. So, dich können wir mal hier hinstellen. Du kannst ihn mal fleißig reparieren, sonst haben wir da eh einen zu viel. Kampf-Hallions sind da. Hier können wir noch ein paar Marines dazu holen. Jawohl. Das läuft doch so. Nova hat das hier im Griff. Wir gucken da mal runter. Oh, damn, Junge. Das ist jetzt die Brücke, oder was? Ja, da brauchen wir auch eine Nuke. Ganz ehrlich, Scheu-Sahle, Versäucher, alles. Da hauen wir die nächste Nuke mit rein. Dann gucken wir hier mal noch rüber. Aber da ist auch schon was. Das heißt, da oben können wir mal gucken. Äh, äh, äh. Ja, die sammeln sich Penner. Was ist die Betonung, Mann? Was hat er denn heute getrunken? So, heute Glück, Penner. Man kennt ihn. Komme ich hier ran? Oh, das geht. Da müssen auch wieder Rächer rein. Das kriegen wir doch hin, hör mal. Kann ich das snipen? Nein. Ich kann hier nix snipen, Leute. Ich fühle mich mies diskriminiert von dem Zerg. Ich will mehr Glück, Penner. Hier, schön voll machen, das Ding. Na klar, mehr Marines dazu. Ein paar Maraudern noch, Junge. Wir bauen uns hier schön die Armee jetzt. Wir haben so viele, so viele Ressourcen angehäuft, weil ich wieder am Träumen war. Ich alter Dreamer. So, das ist jetzt frei. Okay, die können runter. Sehr schön. Und dann können da die Rächer rein. Ich hoffe, die Rächer sind wieder schnell genug, sodass wir die Easy da reinzimmern können. Nochmal. Dann brechen wir die gerade ab und sagen, wir brauchen tatsächlich Rächer, Freunde. R wie Rächer. Die möchten da bitte hinkommen. Und dann gehen wir mit denen hier langsam nach oben, beziehungsweise... Seien Sie vorsichtig. Meine Scans zeigen, dass sich Feinde vom Südosten näher haben. Vom Südosten, na gut. Ich glaube, die haben jetzt nicht so viel Spaß hier mit uns, wenn ich ehrlich bin. Bin aber aber im Überlegen, ob wenn wir die gedaffed haben, wieder mit den Einheiten mal reinmarschieren. Hmm. Allerdings war ich vorhin auch einfach viel zu ungeduldig, ne? Bis hier Newcom dauert es aber auch noch zwei Minütchen aufwärts. Ach, Freunde, es ist alles nicht so einfach hier. Es ist alles nicht so einfach. Tja. Erstmal warten wir jetzt die Rächer ab. Ob das funktioniert, sonst müssen wir die ja eh noch supporten, ne? Oder kommen jetzt Mutas an? Das ist natürlich auch nur bedingt geil. Das heißt, wir können unseren WBF hier benutzen, um noch den ein oder anderen Raketenturm mit hinzubauen. Vielleicht auch hier einfach. So, falls hier nämlich was durchkommt. Oh, Junge, die haben nämlich auch nicht weniger Bock mit der Zeit. Und hier vielleicht auch einfach noch zwei hin. Dann kann es sich da wieder hinstellen, mein Schöner. Das ist doch ein Plan, oder? Das läuft soweit. Die Rächer sind durchgekommen. Sehr, sehr gut. Dann haben wir da die Stellung, die wir erhalten können. Und dann nehmen wir jetzt mal die Truppe. Und geben uns ja Ungeduld hin, in der Hoffnung, dass Nova auch mit ihrer Stungranate da unten einfach mies reinbumst. Und wir hier wenige bis keine Probleme bekommen. Oh, guck mal mit den Hellions, Junge. Die sind da sowieso ganz geil gegen die Zerg. Und dann gehen wir hier jetzt mal runter. So, ganz aufgeschmeidig. Und dann drücken wir da erstmal so eine Stungranate rein. Und dann hoffen wir, dass da Cheusal Nova nicht binnen Sekunden zerbumst, dass das sehr gut funktioniert. Ja, guck mal, was wir auf Nuke warten, oder? Wir gehen da einfach rein. So. Ist das doof, Junge. Haut sie kaputt, Freunde. Haut sie kaputt. Gehen natürlich jetzt auch einige von uns kaputt, aber ich glaube, ich glaube, das ist es wert hier für so ein Engage, dass wir die Nuke dann schön woanders reinbrutzeln können. So, Verwüster ist auch kaputt. Das machen wir auch kaputt. Und dann haben wir doch im Idealfall gleich genug Marines dabei, oder? Ja, guck mal, auch besetzt hier. Schößling noch zerstören. Nice one. Dann müssen hier nur die Rächer noch rein. Dann ist die auch fertig. Dann haben wir nur noch die. Und das Bonus-Ziel. Dann würde ich sagen, wir machen uns ready für das Bonus-Ziel, oder? Pumpen jetzt hier nochmal Marines ohne Ende. So, und noch ein paar Hellions mit rein. Und dann holen wir oben noch das Bonus-Ziel und dann gucken wir da rüber. Und irgendwo werden wir die Nuke mit Sicherheit benutzen können. Irgendwo, Freunde, kommt dann der passende Moment. Weil so viele haben wir jetzt ja auch nicht verloren. Ah, so will ich es nämlich hören. Genau so will ich es hören. Und passt auf, ihr kommt einfach zu Nova. Und ihr auch. Und dann können wir schon mal gemütlich losgehen. Dann steppen wir schon mal so ein bisschen nach vorne hier. Ist doch gar kein Ding. Und, Junge, die Panzer haben dolle Bock. Und der Sporenkrabbler. Ihr hattet wieder mal völlig recht, Freunde. Der Sporenkrabbler hat sich jetzt auch verabschiedet. Sehr schön. Ja, schade, dass die Hellions sich so einfach heilen können. Die machen hier mit ihren Schilden natürlich eine wunderbare Figur. Die können ja auch super, super Berslinge abfangen. Aber davon hatten wir ja zum Glück jetzt noch nicht so viele. Da kommen noch ein paar. Kann jetzt natürlich doof sich überschneiden mit den Einheiten, die jetzt hinterher gerankommen. Aber auch das scheint noch im Okay-Rahmen zu sein. Wir können die da mal noch angreifen. Und dann hauen wir hier oben mal drauf. Und ich würde sagen, das ist eigentlich eine geile Position für eine weitere Nuke, oder? Das heißt, Leute, ihr zieht euch mal so ein bisschen zurück. Weil Nova hat da was geplant, hör mal. Nova hat da so ein bisschen was vor. Jawohl. Und jetzt ist hier nämlich ein bisschen was frei geworden. Das heißt, wir rücken mal ran. Ach, scheiße. Ja, ich sehe schon. Habe ich wieder toll geplant mit dem Weg, ne? Richtig gut geworden. Der ist im Eimer. Ja, auch Griecher-Tumor noch. Moin, Leute. Wir sind hier, um euch zu retten. Nice one. Ausgezeichnet. Oh, shit. Ja, ich glaube, das mit dem Einheitsnachschub, das hätte ich mir auch sparen können, diese Idee. Keine Ahnung, wie ich drauf komme. Irgendwie so eine intuitive Eingebung, ganz merkwürdig. So, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir uns hier wieder halbwegs zügig irgendwie aus dem Staub machen. Und dann vielleicht da unten reingehen. Insofern da jetzt nicht die völlige Hölle über uns hereinbricht. Aber auch das sieht eigentlich verkraftbar aus. Jawohl. Das läuft, das läuft. Da wird schon nachproduziert. Da brauchen wir wieder Space Marines. Nur, man kann doch den mal snipen da hinten. Zack, Junge. Hat sich ausverwüstet. Und dann machen wir hier jetzt alles kaputt. Und dann pumpen wir noch schnell einen Haufen Marines. Die kommen dann hoffentlich da noch mit rein. Sollten die jetzt nicht reichen. Aber es reicht. Nice. Na, das lief doch. Alle Sicherheitsvorkehrungen sind abgeschlossen. Ich wechsle die Ausrüstung und statte dieser unterirdischen Basis mal einen Besuch ab. Ich wechsle die Ausrüstung und statten die Ausrüstung und statten die Ausrüstung und statten die Ausrüstung. Für eine Art Energieklinge. Das werde ich gut gebrauchen können. Sie sollten es mich später untersuchen lassen. Natürlich. Aber vorher mache ich damit noch ein paar Fett. Okay. Okay. Wild. Charanox. 25 Monate. Vielen Dank. Lebe ich die jetzt kaputt? Junge. Ja, das ist normal. Scheiße, Mann. Was ist das denn für ein Teil? Cool. Bisschen Timok in Seret Mortis gefarmt. Das ist normal, Leute, als eure Mitarbeiter hier so zerstückelt werden. Zack. Spontane Selbstverstümmelung. Alter, wie auch. Was zum Fick bin ich erblickend. Schön filetiert hier. Läuft. Wunderschönen Urlaub wünsche ich dir und Shai erholt euch gut. Dankeschön. Laut und deutlich. Nach den heutigen Missionen brauche ich das. Bereit machen zur Patrouille. Es gilt höchste Alarmbereit. Sturmangriff. Das kriege ich hin. Yo. Das ist ja wie von Kerrigan. Verdammt. Der eine Move. Ey, Mann. Das ist jetzt super geil. Wird gemacht. Alles klar. Bisschen Energie auffüllen. Da hängen irgendwelche Zerg rum. Ist klar. Das sind irgendwelche verrückten Wissenschaftler. Gut, die wird auch keiner vermissen. Schlechte Gewohnheit. Blind aus Fenstern zu schauen. Tod lauert innen. Oh, jetzt Haiku-Time oder was? Das kriege ich hin. Okay. Hm. Was mache ich mit euch? Nium. Das wird gemacht. Das ist ja super krank. Zum. Junge. Das ist genau mein Gameplay gerade. Zack. Oh nein. Oh, das nicht. Das weniger. Sie muss in der Nähe sein. Ich fühle es. Wie kommst du drauf? Wie kommst du drauf? Scheint so eine Art Experte zu sein. Zack. Bleib stehen, du Sau. Ich kriege dich. Bleib stehen, du Schwein. Ja. Da ist er stehen geblieben. Ehrenmann. Ja, dann hauen wir die ja auch schön kaputt, oder? Zack. Zack. Ah. Ganz geschmeidig gehen wir durch. Rums. Ist aber schon beeindruckend, wie die ihre Stellung halten, ne? Wenn alle ihre Freunde easy filetiert werden. Kann man mal machen. Messer rein. Derme raus. So, da ist auch... Oh, das Türmchen, das dreht sich. Okay. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, aber auch nicht zu sehr. Rums. Easy. Du bist schon mal weg. Jawohl. Kann ich den Turm auch zerhackstückeln jetzt mit meiner Klinge? Ah ja, das geht. Na dann. Einer noch. Komm. Zack. Jo. Die Basis wurde infiltriert. Schade, schade. Zack. Das sind echt scheiß Jobs, die die hier haben heute. Das kriege ich hin. Aber da müssen sie durch. Ich glaube, ich habe da was gefunden. Geschäftlich. Jo. Dann gehen wir mal rein. Sie hatten recht, Riegel. Das ist die Kommunikationszentrale. Hören wir doch mal rein. Twitch Prime. Aktive Sicherheitsverletzung. Jegliches Personal sollte sich unverzüglich zu den Ausgängen begeben, damit wir die Anlage säubern können. Ich, ich halte das für eine extreme Maßnahme. Nein, ich verstehe. Hier geht es um mehr als nur um uns. Ich werde sofort alle nötigen Vorkehrungen treffen. Sie machen die Anlage dicht. Ich habe nicht mehr viel Zeit, um Antworten zu finden. Finden Sie raus, wo er hingeht. Oh, Karadis, wir können es zurecht haben. Die Berserker mit ihren Klingen, ne, die hacken die ja auch so kaputt. Weiter vorne könnte sich ein weiteres Kommunikationsterminal befinden. Meine Scans sind nicht eindeutig. Junge. Was ist mit dem Teil? Ist die Drehung ein bisschen defekt, oder was? Ja, ich hau hier lieber ein bisschen mehr kaputt. Gar nichts. Siehste? Nur eine Fleischwunde. Ein bisschen Spucke drauf, dann wird das wieder. Ist gar kein Problem. Kann ich die deaktivieren? Ja, das geht. Aber ich hätte den da oben erstmal. Erstmal weghauen müssen. Aber das geht tatsächlich auch im Notfall. So, dass ich dann sage, ne, wenn der sich irgendwie nervig dreht. Den mache ich jetzt mal aus. Und dann, zack. Gehen wir da durch mit dem Messer hier. Durch die Butter. Wunderbar. Beim Marodeur hast du es deutlich erkannt. Okay, ja, nice. Wieder was gelernt. Kann ich das Schiff zerstören? Bombe drauf. Ey. Oh doch, wait. Kriege ich das? Nein. Ich will einfach das Schiff zerteilen. Bisschen OP, das Schwert, ne? Nein, wer abbauen will, soll ja abbauen. Werden wir nicht jeden Arsch jagen bis zur Unendlichkeit. Aber die Bude hat schon Stil hier, ne? Mit den Teppichen. Haben sich ein tolles Quartier ausgesucht hier, die Pisser. Oh. Der Emitter wurde aktiviert. Los, los, Beeilung! Ein Psi-Emitter? Wie sind die Verteidiger an so etwas gekommen? Jo, verlangsamt das nicht oder so? Sie haben nicht mehr viel Zeit, um das rauszufinden. Der Emitter fängt an, zack, in die Anlage zurück. Ah. Wer ist da? Ghost, der Verteidiger. Der Techt. Aha. Oh ja, wie sie da draußen schon ranwuseln, Junge. Die Motten draußen, wenn man Licht anhat. Schon erledigt. Lass uns rein. Lass uns rein. Nein, ihr Schweine. Ich laufe einfach weiter. Ich gebe einen feuchten Fick auf euch. Halte diesen Bereich, bis die Operation abgeschlossen ist. Oh, scheiße, vielleicht... Vielleicht nehme ich das auch wieder zurück. Bin mir da unsicher. Wie mache ich das denn? So lässig an der Seite langsliden? Oh. Das hat sehr gut funktioniert. Tschüss, Leute. Gar kein Ding. Ich schneide mir eine Scheibe ab hier, genau. Oh. Naja, jetzt sind ein paar Plätze frei im Shuttle. Aber nicht so schlimm. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Alles cool. Überkopf die Anlage. Das ist vielleicht bisher ihre erste rationale Handlung. Ja, so sind sie, die Verteidiger. Jetzt muss ich aufpassen hier bei den Mutters. Scheiße, kann ich den Turm noch schnell zerhacken? Bevor die über mich herfallen hier. Das kriege ich hin. Gut. Schön war's mit euch, Leute. Tschüss. Viel Spaß noch mit den Mutters und so. Gönnt euch da... Wie komme ich denn da drüben rein? Laut und deutlich. Ach doch, hier rum, oder was? Ah, da ist noch... Oh. Warnung. Drei laufende Zerg wurden in der Einrichtung geortet. Das gesamte Personal wird gebeten, sich an den Notfallstationen einzufinden. Lalalala. Böp. Eine große Anzahl Zerg macht mobil. Die Ermitter scheinen höchst effektiv zu sein. Das ist super. Oh, guck mal noch mehr. Hui. Wo sie auch hinfliegen. Ja, wenn ich jetzt... ...meinen Sniper hätte, ne? Scheiße. Aber was soll's. Hui. Nicht so schlimm. Da ist noch einer. Auf dem Weg. Das kennen wir ja von Ceratul, den Bums. Das ist ja jetzt... ...nicht so neu. Oh nein. Oh nein, die überschneiden sich ganz scheußlich. Äh, lasst mich raus. Oh, ein fetter Tor. Okay. Aber der Ghost ist grad beschäftigt. Das ist ja super. Ich habe hier Kommunikationsterminal lokalisiert. Es befindet sich direkt an ihrer aktuellen Position. Darum sind so viele von ihnen hier. Bestätigt. Ah ja. Hier hat was gelernt. Naja, dann, äh, gehen wir da mal rein. Tschüss, Leute. Ihr seid ja sehr wachsam heute. Unsere Stellungen werden überrannt. Ich rufe unsere Streitkräfte auf ihren Befehl zurück. Nur zu. Ich komme hier alleine raus, sobald ich diesen Kerl erwische. Er sollte gleich da vorne sein. Na. Dass jetzt so einfach wird mit dem Buttermesser, ich weiß ja nicht. Aber. Wir haben es erstmal so weit gut hinbekommen. Das freut mich. Schließen Sie die Mission hinter feindlichen Linien auf normal oder höher ab, ohne eine einzige Einheit der Verteidiger der Menschheit zu töten. Ja, hallo. Oh, das geht ja gar nicht. Viel zu viel Spaß gemacht mit dem Schwert gerade. Mal schauen. Sneaky. Der Plan bleibt unverändert. Alle Teams sind einsatzbereit. Systeme online. Einige sterben, damit andere leben können. Wow. Nein! Was war's mit dem Erfolg? Zielplanet, identifizieren's, berechne erwartete Onward-Zahlen. Junge. Reigel, ich habe was. Ja? Die Verteidiger inszenieren einen Zergangriff auf eine bewohnte Welt. Aber warum? Sie wollen Imperator Valerian schaden. Wiederholte Zergangriffe lassen ihn schwach aussehen. Tausende werden sterben. Wow! Wir müssen sie aufhalten. Sofort! Yo, was ist mit denen? Geht ja schneller hoch als die Schuldenuhr von Deutschland. Okay. Und das war der erste Teil. Icy. Und da haben wir unseren Cliffhanger. 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 Und da haben wir unseren Cliffhanger.